Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute setze ich mal wieder im Kinderzimmer, was bedeutet, dass der kleine Mann schläft oben und es ist mir gerade wirklich ein bisschen zu heikel, mich daneben zu setzen und das auszuprobieren, ob das nochmal klappt, ein Video neben ihm aufzunehmen. Deswegen sitze ich im Kinderzimmer. Es gibt heute einen WM-Hall für euch, einen kleinen. Und möchte mit euch zusammen was auspacken und mal dran riechen. Genau, zeige euch auch zwei Produkte, die nicht von DM sind, die aber, finde ich, thematisch hier ganz gut reinpassen. Und, und, und. Kleine Empfehlung noch für euch, so kurz vor Weihnachten. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Muss ja hier auch nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Ich habe gekauft beim DM. Wir starten irgendwie mit dem Basic-Produkt überhaupt von Babylove. Einmal die Feuchttücher, Sensitiv, dieses Vierer-Pack. Das gibt es ja so. Nur beim DM habe ich schon tausendmal mich drüber aufgeregt, glaube ich, und gesagt, dass, wenn man das online vorbestellt, wenn man diese Express-Abholung oder auch so online bestellt und sich liefern lässt, gibt es immer nur zwei. Und ich habe jetzt nochmal geguckt. Ich glaube, zwei Packungen kosten 1,95 Euro und vier Packungen 3,15 Euro mittlerweile. Die waren vorher auch bei 2 Euro irgendwas. Jetzt bei 3,15 Euro. Also es ist schon günstiger, wenn man sich die Vierer-Packung kauft. Und ich liebe diese Feuchttücher. Ich schwöre darauf, ich werde die bis zum bitteren Ende benutzen. Genau. Das habe ich gekauft. Dann habe ich von Dengmit einmal Geschirrspülmittel gekauft. Ich wollte schon mal eins kaufen, weil meins, ich glaube, es ist noch halb voll oder so, aber ich wollte schon mal sicher gehen. Und es gab leider mein Lavendelspülmittel von Dengmit nicht mehr. Und das habe ich so traurig gemacht. Und ich war kurz am Verzweifeln, aber habe gedacht, okay, irgendwann gibt es das bestimmt wieder. Das ist manchmal. Dann gibt es das komplett gar nicht. Dann ist es halt einfach ausverkauft. Und danach gibt es da wieder tausend Stück. Das ist jetzt Ice Berries. Das hatte ich auch schon öfter. Das ist auch ganz okay. Aber es ist halt nicht Lavendel. Es ist zumindest farblich ähnlich. Genau. Und dann duftet Zahnpasta mit. Und junge, junge Kinderzahnpasta, wenn man da eine bestimmte Marke nehmen möchte, dann ist das ja einfach teuer. Es ist ja der absolute Wahnsinn, wie viel Geld man für Kinderzahnpasta ausgeben kann. Wenn ich so bedenke, wie viel unsere kostet, ist das einfach der Knaller. Und wir haben ja nun mal mehrere Kinder in verschiedenen Altersstufen hier. Ja. Und die Altersstufen sind allerdings nicht so, wie das Alter von den Kindern ist. Also ich fange mal an mit der großen. Für die große habe ich von Elmex diese Elmex Junior gekauft. Die hat sie ständig und immer. Da werde ich auch nochmal mit ihr sprechen, ob sie vielleicht jetzt mittlerweile mal auf eine andere umschwenken will. Weil das ist von 6 bis 12. Und sie ist 14. Wird bald 15. In ein paar Monaten. Also ja, sie hat auf jeden Fall diese hier von Elmex. Noel wird 10. Nächste Woche. Und er hat von Elmex diese Kinderzahnpasta von 2 bis 6. Also bei ihm, er würde ja dann auf diese umsteigen. Da sage ich mal zu ihm, dass er mal diese ausprobieren soll. Das Problem ist halt immer, dass es ihm zu scharf ist. So. Das sagt er. Aber ich denke, langsam mit 10 kann man vielleicht dann auch mal gucken, ob man eine andere Zahnpasta-Stufe erreichen könnte. Wie gesagt, von 2 bis 6. Im März darf der Kleine die benutzen. Von daher würde ich sagen, der Große muss mal mit nachrutschen. Also die habe ich auf jeden Fall für ihn geholt. Und bei dem Kleinsten, da soll nämlich auch die Zahnpasta 2,45 Euro kosten. Wo ich mir denke, krass. Da habe ich jetzt von Odol mir 3 eine genommen für den Kleinen. Das steht auch bis 24 Monate ab dem ersten Zahn. Und da ist ein Rubble abgebildet von Paw Patrol. Und ich habe gedacht, wir packen die mal aus zusammen. Und dann können wir mal gucken, ob der auch auf der Packung ist. Das wäre natürlich cool. Das hoffe ich ehrlich gesagt. Weil ansonsten könnte ich auch einfach, keine Ahnung, irgendeine nehmen. Ich habe die halt genommen, weil Rubble drauf war. Oh ja, und der ist auch hier drauf. Oh Gott, wie süß. Das ist, schaut mal. Da ist der Rubble von Paw Patrol. Und ja, wir gucken mal, wie die riecht. Achso, ist auch kein so ein Sicherheitsverschluss oder sowas wie bei LMAX. Da ist ja immer einer. Oh ja. Also ich finde sie riecht lecker. Ich hätte als Kind schon Lust, mir die Zahnpasta von der Zahnbürste zu lutschen. Das machen Kinder ja in der Regel, wenn man nicht aufpasst. Ja, diese Zahnpasta ist scheinbar richtig cool. Und die hat weniger gekostet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele ein Euro oder irgendwas, glaube ich. Und die werden wir jetzt mal ausprobieren für den Jüngsten. Die kann er dann haben. Ich glaube, ein bisschen was hat er noch drin, aber dann kann er die nehmen. Für uns habe ich jetzt keine mitgenommen. Wir haben noch eine. Ich denke aber nächsten Monat spätestens, wenn ich nach Berlin fahre, was ich toll, 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 nächsten Monat hoffentlich tue, dann werde ich nochmal eine zweite mitnehmen, weil spätestens dann Wimmelko und ich getrennt voneinander sind, brauchen wir beide wieder eine. Genau, dann habe ich mitgenommen ein Deo. Und zwar dieses von AXE. Das ist das 48 Stunden Non-Stop Fresh Black Night Cool Mint und Satterwood Scent. Ich glaube, dass es cool ist. Ich glaube, dass es männlich riecht. Ich probiere es hier jetzt nicht aus, weil in diesem Zimmer sind so viele verschiedene Gerüche. Der Hauptgeruch in diesem Zimmer ist Duftrichtung Scheiße. Nur, dass ihr das wisst. Heute ist Mittwoch. Ich drehe dieses Video richtig fresh für euch. Lach das gleich hoch für nachher. Und mein Sohn ist mal wieder zu Hause. Unter anderem wegen Fieber und wegen Dünnpfiff. Ja, also hier sind schon Sachen heute passiert in diesem Raum. Deswegen, ja, hier ist ein interessanter Geruch, der irgendwie in der Luft liegt. Vielleicht ist der auch in meiner Nase und ich werde ihn einfach nur nicht mehr los, weil ich habe natürlich hier sauber gemacht, habe natürlich gelüftet, habe hier auch mit so einem Spray gesprüht. Aber, ja. Naja, wir kommen wieder zurück zu diesem Produkt hier von AXE. Das habe ich für Noel gekauft, das bekommt Noel zu Weihnachten, so als zusätzliche Kleinigkeit zum Auspacken. Er kriegt auch was Größeres, aber er braucht da halt noch ein paar Kleinigkeiten. Und da er jetzt ja bald 10 ist, habe ich gedacht, dann kann er auch ein Deo haben, dann fühlt er sich noch ein bisschen männlicher und, ja, fand ich irgendwie eine süße Sache. Genau. Dann zeige ich euch mal eben die beiden Produkte, die nicht vom DM sind, die ich aber, finde ich, thematisch hier ganz gut einsortieren kann. Das sind diese beiden Produkte von Glisskur. Die habe ich von meiner Mama bekommen im Adventskalender. Einmal Ultimate Repair Hair Spa. Dreimal flüssiges Keratin, angereichert mit botanischem Puder. Für eine glättere Haarstruktur und intensive Pflege zum Ausspülen sehr geschädigtes und trockenes Haar. Einmal dieses. Und da ich nicht so viele Haare habe, glaube ich, dass das mehrmals reichen wird. Richtig cool. Also da sind dicke Portionen drin, ist gut gefüllt. Und dann habe ich das Ganze nochmal in pink. Verführerisch lang, herrschtbar, Biotin-Komplex und mit botanischem Puder. Intensive Pflege zum Ausspülen für langes geschädigtes Haar und Spliss. Genau. Hatte ich mir mehr oder weniger gewünscht. Ich habe im Regal so drauf gezeigt. Ach Mensch, also voll zu viel Adventskalender noch was du brauchst, würde ich das nehmen. Weil würde ich mir selber nicht gönnen. Hat, glaube ich, 1 Euro irgendwas oder 2 Euro irgendwas gekostet. Und da ich noch einige Produkte habe, würde ich mir das selber nicht kaufen. Aber wenn das jetzt gut ist, dann schon. Also, ja. Genau. Dann habe ich beim DM, also ihr seht, das habe ich nicht beim DM gekauft, sondern beim Jawohl. Und ich weiß nicht, ob es das beim DM oder beim Rossmann aktuell noch gibt. Weil bei Jawohl sind ja manchmal auch Sachen, gerade auch so Drogerie-Sachen, die es in der normalen Drogerie aktuell nicht mehr gibt. Genau. Dann habe ich eine Weihnachtskugel gekauft. So eine kleine. Hier ist ein Schneemann drauf. Hier drin sind auch Schneemänner und so ein kleiner, leicht rosaner Weihnachtsmann. Die habe ich gekauft für mein Wichtelgeschenk, was ich verschenken muss. Da hat sich jemand eine Schneekugel gewünscht. Unter anderem. Dann haben wir hier von Bella Flex diesmal einmal der Schaumfestiger. Zwei Tage Volumensstufe, vier von fünf. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Geruch und auch auf die Qualität, auf die Langlebigkeit oder die Haltbarkeit. Bin ich sehr gespannt. Und ob das nach einer Weile auch verklebt. Mein alter Schaumfestiger war ja leider so verklebt hier oben, dass ich das einfach nicht mehr da rausbekommen habe. Was super schade ist, weil ich den natürlich auch gerne mochte. Ich habe sonst immer den von Taft. Und jetzt habe ich gedacht, gebe ich Bella Flex mal eine Chance. Sah auch gut aus. Und ja. Einfach mal ausprobieren. Dann habe ich nur noch zwei Sachen, die ich euch zeigen möchte. Wobei das eine jetzt nicht vergift. Oder drei. Also ich habe Fotos abgeholt beim DM. Und Leute, wenn ihr die beim DM über dieses Fotoparadies, über die Fotoparadies App oder über Zewe. Ich habe es über Zewe, glaube ich, gemacht. Dann landet man auch bei diesem Fotoparadies. Macht, dann kostet, glaube ich, ein Bild nur sieben Cent. Was super gut ist. Wenn man im Laden das an diesem Automaten macht, kostet das viel mehr. Nur nochmal so als Tipp. Cool, ey. Da habe ich ja wieder was bekommen. Und ich habe super viele Bilder entwickeln lassen. Auch so, die sind so klein. 9x13 ist das, glaube ich, ne? Also so ein ganz kleines Format. Und das ist so süß. Ich zeige euch einfach mal ein Bild von meinem Bubi. Eigentlich zeige ich ihn ja jetzt nicht so. Aber auf dem Bild ist das nochmal was anderes. Da sitzt er auf einem Schaukelpferdchen. Den macht der Haar ja mit Mama. Also ja, ich... Das ist jetzt nicht so spektakulär für euch, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall diverse Bilder entwickeln lassen. Weil ich nämlich zu Weihnachten auch Bildergeschenke verschenken möchte. Und dafür war das jetzt hilfreich. Ihr seht jetzt sehr klein aus. Ich muss mal gucken, ob das vielleicht zu klein geworden ist. Dann muss ich mir basteltechnisch noch was einfallen lassen. Aber genau. Das habe ich gemacht. Dann habe ich... Ich zeige euch das vielleicht zuerst. Ich habe eine Küchenrolle mitgenommen. Von Saugstack und Sicher. Ich mag das Muster jetzt diesmal nicht so gerne. Ich bin ja immer so der rosa Typ. Aber ist trotzdem schöner als eine komplett weiße Küchenrolle. Und als letztes habe ich noch ein Fotobuch entwickeln lassen. Ich zeige euch das mal aus der Entfernung, weil das ist sehr privat. Das muss jetzt nicht... Ich habe auf jeden Fall ein Fotobuch entwickeln lassen. Und da nochmal eine Empfehlung von mir auf jeden Fall. Keine bezahlte Werbung oder irgendwas. Das ist einfach nur eine Empfehlung. Zewer finde ich richtig gut. Das hat super schnell geklappt. Also ich weiß gar nicht... Ich glaube Ende letzter Woche habe ich es fertig gemacht. Und jetzt Anfang der Woche konnte ich es abholen. Richtig, richtig gut. Die Qualität ist gut. Das hat, ich glaube 36 Euro jetzt gekostet. Oder 35. Und das sind 26 Seiten. Und das ist ein A4 Buch. Also richtig gut, Leute. Natürlich sind kleinere Bücher mit Softcover oder so. Das sind natürlich noch günstiger. Aber ich finde auch für diesen Kurs, wenn man überlegt, was man da drin festhält und dass man das ewig hat. Für jemanden, der sowas gerne hat und sich sowas gerne immer mal wieder anguckt, finde ich das richtig schön. Man kann alles personalisieren. Oder man nimmt sich Vorlagen und muss kaum was machen und packt nur die Bilder rein. Also es ist richtig, richtig toll. Und ich glaube, wenn ihr jetzt noch bestellt, ich glaube noch so ein, zwei, drei Tage oder so. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich will nicht schwören. Dann kommt es auch vor Weihnachten auf jeden Fall noch an. Also ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Seite oder App. Man muss so eine Software runterladen. Und ja, ich glaube, man kann das sogar aber auch auf dem Handy, wenn man sich da auf dem Handy was runterlädt. Finde ich persönlich jetzt total ungeil, wenn das so klein ist. Aber kann man, glaube ich, auch. Genau. Das war meine DM-Ausbeute. Wie gesagt, jetzt nicht super viel. Aber ich dachte, ich zeige euch das mal. Jetzt wird mein Baby wach. Ich beende dieses Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.